Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Storm Kings, meine Lieben. Heute schauen wir uns das Review für den Blood Angels Codex an, beziehungsweise das Supplement dafür. Die Blood Angels sind ebenfalls ein nahkampforientierter Orden, ähnlich wie die Space Wolves. Und wie sie sich im Vergleich zu denen schlagen, sofern man da einen Vergleich machen kann, werden wir uns nach dem Review ein bisschen anschauen. Also, wir machen es wieder so, dass wir uns jetzt nur die Regeln anschauen und im zweiten Video dann noch die Einheiten. Fangen wir an mit den Regeln. Bei den Regeln gibt es zu Erla erstmal die Red Thirst, also der rote Durst. Wir bekommen plus 1 Inch auf unsere Advanced Charge Moves. Das bedeutet, gerade beim Charge, anstelle von einem 9 Inch Charge, wenn ich Deepstrike, brauche ich nur 8 und so weiter. Das ist natürlich schon mal sehr schön, um im Nahkampf zu kommen. Wenn wir dann im Nahkampf ankommen, kriegen wir plus 1 auf unseren Verwundungswurf. Und das entweder, wenn wir selbst chargen, gecharged wurden oder heroisch interveniert werden. Das heißt, wir treffen auf die 3, verwunden auf die 4, aufgrund dessen. Und weil wir gecharged sind, verwunden wir dann auf die 3, wenn es zum Beispiel 4 gegen 4 ist. Savage Echoes ist der Bonus-Trait der Blood Angels und ist in der Assault-Doktrin aktiv. Dabei gibt es dann nochmal plus eine zusätzliche Attacke im Falle von Charged, gecharged werden oder heroische Intervention. Also wir merken jetzt schon, die Bloodys wollen sich bewegen. Das ist nicht so, ran an den Gegner und dann dort über 2 Runden kämpfen oder so, sondern ran an den Gegner, vernichten, nächsten Gegner suchen. Schwarze Wut ist ein spezifischer Trait der Todes-Kompanie. Das ist quasi so eine Art Untergruppierung bei den Blood Angels. Die guten Jungs bekommen alle einen 6er-Feel-No-Pain-After-Safe und nochmal plus 1 auf den Angriffswert bei Charge. Die sind allerdings nur Charge, also die müssen da selber ran. Sie können keine Aktionen durchführen und sie können keinen Fallback-Move machen. Fallback-Move ist insofern wichtig zu erwähnen, weil sie können sich nicht aus dem Kampf lösen, sodass andere Einheiten darauf ansetzen könnten im Fernkampf. Oder wenn es die Möglichkeit gäbe zu sagen, alles klar, ich löse mich und charge erneut, das geht halt nicht. Sie können auch keine Aktionen durchführen. Ihr wisst, für die Secondaries manchmal braucht man das, ist aber ehrlich gesagt auch niemals die Intention der Todes-Kompanie gewesen. Die einzige Aufgabe von denen ist es, glorreich im Kampf zu fallen. The Lost. The Lost ist ein Upgrade für Captains und Lieutenant Chars für 20 beziehungsweise 15 Punkte. Dadurch erhalten sie das Upgrade oder das Keyword Todes-Kompanie. Sie können dann kein Warlord mehr sein und sie können keinen Chapter-Command-Upgrade bekommen und an dem auch entsprechend keinen Slot ein. Das bedeutet im Umkehrschluss, ihr könnt zwei Captains und theoretisch bis zu vier Lieutenants haben. Ob man das jetzt mit planen sollte, sei jetzt mal dahingestellt, weil auch die Blood Angels ähnlich wie Space Wolves haben sehr, sehr viele HQs, die von Interesse sind. Zusätzlich wird die Reroll-Aura bei der Chars, also entweder auf Hit, 1er Hit oder 1er Wound, nur noch für Death Company Core-Einheiten aktiviert. Nicht mehr allgemeingültig. Wenn sie dann verloren sind, gibt es ein Upgrade mit sogenannten Death Visions. Das sind Bonusfähigkeiten. Davon gibt es drei Optionen, die einmalig im Kampf pro Charakter angewendet werden können. Und schauen wir uns jetzt direkt mal an. Die Death Visions. Es gibt insgesamt drei Death Visions. On the Bridge of the Wainful, Spirit, the Grace of Angel und To Slay the Warmaster. Im Grunde genommen könnt ihr die der Reihenfolge nach abarbeiten. Wenn man zwar so ein bisschen runter bricht, ne? Also könnte man. Von der Idee her. Das erste ist, ihr müsst einen feindlichen Infanterie-Charakter oder Monster-Charakter sehen. Irgendwo auf dem verdammten Schlachtfeld braucht ihr eine Line-of-Side-Verbindung. Der kann also am anderen Ende stehen bei 58 Zoll Entfernung. Hauptsache ihr seht das Vieh. Wenn das der Fall ist, kriegt ihr Plus 1 auf euren Attackenwert pro 5 feindlicher Modelle innerhalb von 6 Zolls für euch. Und ihr könnt sämtliche Hit-Reroads machen. Also sämtliche Trefferwürfe, die misslingen, könnt ihr reronen. An sich eine ganz lustige Kombination. So ein Char zu sehen, ist nicht das Problem. Und Plus 1 auf den Attackenwert zu bekommen, ist auch nicht verkehrt. Pro 5 Modelle klingt jetzt vielleicht doof. Aber 6 Zoll ist tatsächlich erstaunlich viel. Und wenn man sich ein bisschen schlau anstellt, und ich sag mal gerade gegen Massenarmeen, ist das eine Sache, wo man tatsächlich nochmal ein paar Angriffe rausholen kann. Der Grace of Angels ist dann im weiteren Verlauf. Jetzt muss der Infanterie-Charakter oder Monster-Charakter in Nahkampf-Reichweite sehen. Dann bekommt er ein 3er In-World-Save. Ist ganz interessant für eine Taktik hinten raus mit dem Sanguinor. Aber da kommen wir im zweiten Video zu. Nur schon mal im Hinterkopf behalten. Und ein 3er In-World-Save ist nicht ganz ohne. So selten wie es das Ding gibt. To slay the Warmeister. Ebenfalls nutzbar, wenn der feindliche Infanterie-Charakter oder Monster-Char, also einer, in Nahkampf-Reichweite ist. Ihr führt dann keinen Angriff mehr aus. Dafür macht er einen Roll-Off. Und wenn ihr den gewinnt, macht ihr D3 plus 3 Mortal Wounds. Also mindestens 4, maximal 6 Mortal Wounds. Was für die Standard-HQs ausreicht, um sie zu töten. Die Sache ist, will ich mich darauf verlassen oder will ich lieber in meinen Gegner reinchargen und dann mit 8 oder 9 Angriffen mit einem gepimpten Thunder-Hemmer einschlagen. Damit mache ich höchstwahrscheinlich mehr Schaden. Den er allerdings wegblocken könnte. Das andere sind Mortal Wounds. Ist so ein kleines Gamble-Spiel. Müsste man mal gucken, wie sich das ein bisschen umsetzt. Es gibt ein spezifisches Stratgym. Das hebe ich jetzt hier schon mal vor. Das ist Wichens of Sanguinos für 1 CP. Geht natürlich nur auf ein Todes-Kombenet-Charm. Dort könnt ihr entweder eine zusätzliche Death-Vision aktivieren in der Runde. Oder ihr könnt 2 aktivieren, wenn ihr zuvor noch keine bei ihm aktiviert habt. Also könnt ihr so quasi 2 von den Death-Visions nutzen. Wie gesagt, die Death-Visions, es ist ein netter Bonus-Effekt. Das Ding wird nicht kriegsentscheidend sein. Aber wenn sich die Situation ergibt und ihr so einen Char habt, das heißt, dann probiert ihr natürlich so eine Situation zu erzwingen, dann ist es eine Möglichkeit, wie man nochmal das Spiel ein bisschen manipulieren, den Kampf ein bisschen manipulieren kann. Nicht das Spiel. Okay. Stratgymes. Wir haben insgesamt 17 Stratgymes. Ich habe ein paar rausgepickt. Die mit Sternchen gekennzeichneten sind die, die ich für ein bisschen interessanter halte. Die anderen sind nutzbar. Und die letzten auf der zweiten Seite sind welche, wo ich sage, ja, schön, dass es sie gibt, aber danke. Hätte man sich auch das Truppen sparen können. Naja, nicht ganz so schlimm, aber naja. Fangen wir an. Die sind auf der Angels für 1 CP. Am Ende der Bewegungsphase holt ihr eine Einheit aus der Reserve, eine Jump-Pack-Einheit aus der Reserve heraus. Diese ignoriert Charge-Modifier und kriegt plus 1 auf alle Trefferwürfe bis zum runden Ende. Diese Fähigkeit ist interessant. Warum? Sie hat zwei Aspekte. Nummer 1 ist der Charge-Modifier, den ihr ignoriert. Damit fällt es euch natürlich leichter, nochmal in den Nahkampf reinzukommen. Zusätzlich, dass ihr ja sowieso noch plus 1 auf die Charge bekommt. Das heißt, ihr müsst aus dem Diebstriken auf 9 Zoll ran. Macht allerdings nur eine 8, damit ihr im Nahkampf seid. Okay. Plus 1 auf den Trefferwurf ist auch interessant. Sowohl für Nahkampfeinheiten, weil wenn wir mit der Einheit reinschocken, dann natürlich auch noch besser treffen, ist super. Aber auch, Achtung, für alle Einheiten, für Fernkampfeinheiten, die aus der Reserve reinkommen. Und es gibt Jump-Pack-Einheiten, die hierfür wirklich interessant sind. Ich sage da nur Stichwort Plasma-Waffen. Kommen wir aber später zu. Red Rampage ist ein armeeweites Strategem, das ihr einmalig einsetzen könnt und verbessert euren AP um 1 bei einem unmodifizierten Trefferwurf von 6 während eurer Assault-Doktrin. Sobald ihr einmal im Nahkampf seid und genügend Einheiten sich in der Assault-Doktrin befinden, ich sage mal so 3, weil viel mehr werden es nicht gleichzeitig werden, dass auch noch alle in der Assault-Doktrin sind, dann zündet man das Ding einfach und versucht noch einmal so ein bisschen was rauszukitzeln. Ist einfach so ein One-Way-Ticket, das nutzt man so, wie es sich ergibt und dann ist gut. Forlorn Fury, ein oder zwei CP, kommt darauf an, wie viele Modelle beziehungsweise auch ein Dreadnought dabei ist. Ein Dreadnought kostet euch 2 und wenn es mehr als 6 Modelle sind, kostet es euch auch 2 Modelle. Es ergibt einer Dev-Company-Einheit eine zusätzliche normale Bewegung, bevor das Spiel losgeht. Das heißt, ihr entscheidet, okay, wer fängt in der ersten Runde an und bevor dann die erste Runde mit der Command-Face losgeht, sagt ihr, Moment, ich möchte noch kurz meine Dev-Company-Einheit bewegen und dann gibt es für die nochmal eine Bewegung entsprechend ihres Datensheets, in dem Falle meinetwegen mit Jump-Pack bis zu 12 Zoll. Das heißt, ein 12 Zoll Pre-Game-Movement entweder in die Deckung oder einfach nur nah an den Feind ran, ist schon mal sehr gut. Hier jetzt der Tricky-Part. Das Ding beginnt vor einer Spielphase und ist damit Prior Play. Das heißt, ihr könnt diese Strategie mehrfach nutzen. Habt ihr also 2 Dev-Company-Einheiten mit Jump-Pack, die sich 12 Zoll bewegen können mit 5 Modellen kostet, gebt ihr einfach 2 CP aus, bewegt die beiden Einheiten nach vorne und habt 2 Einheiten auf der Mitte des Bords stehen. Nur mal so als Anregung. Chalice Overflowing. Chalice Overflowing bedeutet, dass unser Singularly Pleased zweimal sein Blood-Chalice benutzen kann. Das bedeutet, er kann zweimal eine Einheit in die Soul-Doktrin versetzen. Ich hab das Ding noch mit drin. Das ist jetzt natürlich, genauso wie Forlorn Fury, sehr abhängig von der Einheit. Ich denke allerdings, dass ein Sanguinary Priest, dadurch, dass es als Apothecary gilt und ihr ihn theoretisch noch upgraden könntet, durchaus interessant ist. Und ich will nicht sagen, ein Must-Pick oder ein Must-Include, aber er tendiert so ein bisschen in die Richtung. Und 2 Einheiten in die Soul-Doktrin zu versetzen, obwohl ihr noch gar nicht drin seid, meinetwegen in der ersten Runde, weil ihr in der ersten Runde schon rankommt, hat so einen gewissen Reiz und Vorteil. Das haben wir schon bei den Space Wolves behandelt und das ist hier ein sehr, sehr ähnlicher Aspekt. Gut. Refusal to Die. Ihr setzt bei einer Death Company den Feel No Pain auf 5 plus hoch anstelle von 6 plus. Ja. In der Dirk-Egel ist eine Death Company eine Einwegeinheit, die man einmal ranschmeißt und danach wird sie wahrscheinlich nie wieder jemanden zu Gesicht bekommen. Aber okay. Angels Sacrifice. Gegner kann nur den ausgewählten Schar im Nahkampf angreifen. Je nachdem, was das für ein Schar ist, wie durchhaltefähig der ist, kann das für einen Gegner richtig asozial sein. Also der Gegner in Schar-Vorsätzen, der Minus 1 auf den Hit im Nahkampf hat, in 3er Invol eventuell, 6 Lebenspunkte bei Tafnis 5 oder so, da sagt er sich auch nur, du kleines... Ne? Warum? So. Wenn sich so eine Situation ergibt, wenn man es irgendwie provozieren kann, ist es nett. Aber mehr hält eben dann in dem Fall auch nicht, weil es ist sehr gezwungen. Visions of Sanguinos hatten wir schon. 2 Defisions oder eine zusätzliche benutzen. Unbridled Door. Eine Sanguinary Guard-Einheit kann eine 6-Inch-Horizontale Invention durchführen. Also ähnlich wie eine Char. Sanguinary Guard, werden wir noch drauf kommen. Gut, schlecht, lohnt sich's ja? Nein, vielleicht. Es ist eine starke Einheit. Die einen gewissen Vorteil gegenüber anderen Einheiten hat und so eine ähnliche Charakteristik hat wie die Thunderwolf Cavalry bei den Space Wolves. Also auch das hier ist so eine Einheit. Wenn man an Blood Angels denkt, dann denkt man auch so irgendwie mit Unsanginary Guards. Jetzt hier noch ein paar Strategies, wo man sagt, jo, wenn sich das mal ergibt in einem Spaßspiel, dann kann man es vielleicht mal machen. Up and Wings of Fire kannst du im Grunde genommen knicken, außer du willst noch mal irgendeine Einheit hinten aus dem Schlachtfeld rausziehen, weil sie nicht schnell genug sind und dann schockst du irgendwo vorne rein. Was weiß ich, so ein paar Terminators oder so, die aus irgendeinem Grund in deiner Aufstellungsrunde, in deiner Aufstellungszone stehen und bevor sie nichts machen, hole ich sie halt so zurück. Spiritual Might kommt drauf an, was ihr für einen Psyoniker spielt. Eine zusätzliche Psy-Kraft ist manchmal nie verkehrt. Lucifer Pattern Engines, was bringt mir ein 6-Inch-Advance bei einem Fahrzeug, das nach dem Advance nicht schießen kann? Was mir hier fehlt ist, dass diese Einheit eine Heavy Weapon danach nutzen könnte. Bei einer Assault Weapon ist klar, dann habe ich mir halt die Reichweite erkauft und komme somit vielleicht noch in die 2 Zoll ran, die mir noch gefehlt haben. Alles gut. Aber interessanter wäre hier, dass ich zum Beispiel einen Bald Predator habe, der dann sich bewegt, der 6-Inch-Advanced und dann mit 3 Flamern einmal vorne reinprotzelt. Das wäre cool gewesen. Kann er aber nicht, weil es Heavy Weapons sind und nach dem Advance darf ich kein Heavy Weapons abfallen. Also danke, aber nein, danke. Und die anderen, ja, auch wieder sehr spezifisch. Die letzten beiden sind noch für die Flash-Tearer spezifisch. Wie gesagt, es gibt ein paar Strate-Gyms, die sind interessant im Großen und Ganzen. Es hätte ein bisschen mehr man hätte rausholen können. Ein bisschen mehr. Kommen wir zu den Wallet-Rates. Wallet-Rates, wir haben erneut 6 Stück. Die untersten 3 sind die Flash-Tearer. Auf die geht es nicht so sehr ein. Speed of the Prime Mark kennen wir bereits. Man kämpft immer als erstes im Kampf. Das ist immer schön. Freut einen, gerade wenn man nicht chargeen konnte. Selfless Whaler gibt uns Plus-Drench auf die Heroische Intervention und den anschließenden Bewegung unterführen. Nett, aber wahrscheinlich nicht mein Favorit. Ich persönlich denke, dass Heroic Bearing, Gift of Foresight und Speed of the Prime Mark am interessantesten sind. Gift of Foresight ist der, der noch am praktischsten ist, weil ihr könnt einen Treffer, eine Verwundung und einen Save pro Runde wiederholen. Gerade letzteren beiden sind tatsächlich ganz interessant. Oder sollte mal ein Scharf von euch nicht in der Reroll von Hit haben. Also zum Beispiel kein Captain spielen, warum auch immer. Heroic Bearing erhöht eure Augenfähigkeiten um 3 Zoll und es gibt Plus-1 Loyalty für Core-Einheiten innerhalb von 9. das mit der Loyalty darüber kann man sich streiten, ob man so große Trupps spielen muss. Die Plus-3-Inch für die Rear-Wall-Fähigkeit ist nochmal interessant, weil es euch ein bisschen mehr Optionen in eurem Positioning ergibt. Also deswegen Heroic Bearing, Gift of Foresight, ich glaube, dass wir da noch am geschicktesten unterwegs sind. Bei den Relikten, wir haben Hammer of Ball und Wrath of Ball. Der Hammer of Ball ist ein abgegradeter Thunderhammer, der AP mehr hat und fixen Damage-3-Wert sowie keinen Abzug auf euren Trefferwurf. Das ist der klassische Smash-Captain, seine Standardwaffe dafür. Wrath of Ball finde ich recht interessant. Es ist ein Item, das nur vom Singinary Guard Ancient getragen werden kann. Es ist eine 6-Inch-Aura, die euch Plus-2-Inch für Jetpack-Einheiten bei der Bewegung Advanced oder Fallback-Move hat. Advanced nehme ich jetzt mal raus, aber Plus-2-Inch auf dem Move 12-Inch bewegen, daraus werden 14-Inch. Das bringt mich näher an meinen Charge. An meinen Charge bin ich sowieso ein bisschen näher dran, weil ich Plus-1 aufgrund von Red Thirst bekomme. Bedeutet, die Wahrscheinlichkeit steigt, schnell in Nahkampf zu kommen. Und das ist das, was ich will. Guckt man mal, wie man es inkludiert bekommt, würde ich sagen. Icon of the Angel ein bisschen so Zwiegespalten, das war früher besser. Jetzt ist es eine 6-Inch-Aura, die Reroll-of-Charge-Bewegungen gibt. Gut. Notwendig. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Resarge of Death ist ebenfalls noch recht interessant. Minus 1 auf den Trefferwurf des Gegners im Nahkampf. Und gegnerische Einheiten verlieren ihr Objective Secured, solange sie innerhalb von 3-Inch umruchig sind. Beides in Kombination. Sehr, sehr interessant. Insbesondere, wenn ich da so an einen Sanguino denke, der aus der Reserve reinschocken kann in einen Nahkampf, ohne zu viel vorwegzunehmen. Doch, kann man mal drüber nachdenken. Ist eine sehr nette, sehr, sehr nette Sache. Dann geht es weiter mit unseren Psy-Kräften. 6 Stück haben wir. Okay, was sind die interessantesten? Ich bin ganz ehrlich, Bloodborne und Bloodlands fallen raus. Da sind die Offensiven ganz unten. Ignorieren wir die erstmal. Beim Support haben wir Shield of Sanguinos und Unleash Rage. Shield of Sanguinos könnte interessant sein. Das konkurriert so ein bisschen mit Psychic Fortress aus dem Space Marine Codex, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt. Der Link ist oben eingeblendet. Ihr wählt eine Blood Angels Einheit innerhalb von 18 Inch aus, die dann einen 5er Invol bekommt. Es ist keine Aura, ihr habt aber 18 Inch Reichweite. Kann man drüber nachdenken, weil nicht jede Einheit braucht zwangsläufig einen Invol. Nicht zwangsläufig, okay? Gut. Dann Unleash Rage wurde ein bisschen überarbeitet. 12 Inch für eine Blood Angels Core Einheit. Bei einem unmodifizierten Trefferwurf gibt es plus einen zusätzlichen Treffer. Also einen zusätzlichen. Ist okay. Allerdings, damit es zuverlässig wirkt und diesen Plus 1 Standard Attack oder Plus 1 Bonus Attack grundsätzlich ausgleicht von der letzten Edition, braucht ihr eine gewisse Anzahl von Angriffen pro Einheit. Ansonsten rechnet sich das nicht. Und in dem Falle wären das 4 Attacken. Auf die 4 Attacken kommt man, dann ist es relativ zuverlässig, dass man den Bonus kriegt und quasi einen Miss ausgleicht. Gut. Ja, es gibt ein paar Boni. Also warum nicht? Warum nicht? So, und dann haben wir noch die zwei entscheidenden Sachen. Oben Quickening und Wings of Sanguinos. Wenn ihr mit einem Psyker spielen wollt, müsst ihr euch überlegen, will ich supporten oder will ich ihn offensiv einsetzen? In dem Falle bedeutet offensiv im Nahkampf. Wenn ihr letzteres machen wollt, ihn offensiv spielen, oder anders, wenn ihr ihn defensiv spielen wollt, glaube ich, sind die Psy-Kräfte der Blood Angels nicht so euer Ding und ihr spielt mit Psychic Fortress, Rail of Time und Null Song. Wenn ihr den Psyoniker offensiv einsetzen wollt, was eigentlich mit Mephiston und dem Librarian Dreadnought Sinn macht, dann sind diese beiden Dinger Pflicht. Warum? Sie geben euch eine 12-Inch-Fly-Bewegung bis zum Ende der Phase, womit ihr quasi über Hindernisse und so weiter hinwegkommt oder feindliche Einheiten und kriegt einen Re-Roll auf euren Advanced und Charge. Das heißt, ihr müsst damit nur nah genug rankommen, eine doppelte Bewegung und so weiter. Damit kann man ein bisschen was erreichen. Es gibt dann noch plus D3-Angriffe für euren Angriff. Damit könnt ihr euch schön hochbuffen und betrachtet das Ding als, wie soll ich sagen, entweder ihr habt eine kleine Einheit, die nochmal weggemacht werden muss, um ein Objective zu clearn oder ihr setzt es an auf eine feindliche HQ-Einheit, die ihr unbedingt weghaben wollt. Bringt euch in Position und schlagt einmal mit allem zu, was ihr habt und vernichtet dem in einen Go. In der Hoffnung, dass euer Psymoniker danach noch überlebt. Auf jeden Fall hat er seine Aufgabe erledigt. Es ist nicht schlecht, es ist allerdings eine speziellere Taktik. Ob man das möchte, weil es sind natürlich auch wieder ein paar Punkte, muss man dann schauen. zu guter zu guter zu guter Letzt haben wir noch unsere Blood Angels Secondaries. Okay, was haben wir dann? Vier Stück gibt es. Relentous Assault, Blades of Sanguinos, Fear of the Lost and Death from Above. Relentous Assault ist ja ganz witzig, weil es ist mit Aircraft nutzbar, also mit Fliegern, aber mehr eigene Einheiten als feindlich in der feindlichen Aufstellungszone ist so eine Sache. In der ersten Runde könnt das nicht. Und auch wenn ihr den Kampf zum Gegner bringt, es ist gewagt, es ist sehr gewagt. Blades of Sanguinos, der Gegner wird immer einen Char auswählen, den er nicht nach vorne schickt oder der so stark ist, dass es wirklich brutal wird. Sind 15 Victory Points drin? Ja, wenn man es machen will und den Gegner kennt und mal Spaß haben will, kann man das machen. Competitive weiß glaube ich nicht die beste Wahl, wobei 10 Victory Points kann man erreichen, also 10 kann man schon erreichen. Fury of the Lost und Death From Above. Fury of the Lost kommt darauf an, wie viel Death Company ihr spielt. 3 Victory Einpunkte pro feindliche Einheit, die vernichtet wurde durch eine Death Company Einheit. Wenn ihr mit 3 oder 4 Death Company Einheiten spielt, dann macht das durchaus Sinn. Dann kann man sich da ein bisschen was holen. Wenn es nur eine ist, so eine Wegwerf Company Einheit, dann lasst die Finger davon, das lohnt sich nicht. Death From Above ist eine Sache, worüber man ein bisschen nachdenken muss. Ihr müsst mit einer Einheit, die aus der Reserve kommt, eine andere Einheit vernichten und dann bekommt ihr 2 Victory Points oder 3, wenn das eine Char Einheit ist, die aus eurer Reserve gekommen ist. Wichtig hierbei, ihr müsst das nicht in derselben Runde machen. Das heißt, ihr kommt mit eurer Einheit in Runde 2 aus der Reserve tötet aber erst in Runde 4 und 5, weil ihr schafft damit zu überleben und schön abzustauben 2 Einheiten. Dann kriegt ihr trotzdem in den Runden 4 und 5 die Punkte dafür. Hier ist es wichtig, ihr braucht ein paar Einheiten, die aus der Reserve kommen. Ich würde dann sagen, 2, vielleicht sogar 3 Einheiten und da muss man gucken, wie man seine Liste aufbaut, um das zu bewerkstelligen, damit zum Fazit, nur was die Regeln anbelangt. Die Blood Angels sind nahkampforientierte Orden. Haben sie nahkampforoptionen bekommen? Ja, haben sie. Sind es nahkampforoptionen, mit denen man arbeiten kann? Ja, sind es. Mit Forlorens Fury schaffe ich es, zum Beispiel die Death Company als ein Element nach vorne zu bringen, aber irgendwo fehlt mir was, um zuverlässig in meine Charge Reichweite reinzukommen und einen sauberen, zuverlässigen Charge zu erhalten. Rein von den Regeln sind die Blood Angels nett, aber nur von den Regeln her habe ich das Gefühl, dass sie den Space Wolves ein bisschen hinten dran stehen. Wo ist die Einheit, mit der ich zuverlässig in den First Turn Charge bekomme? Das kann nur eine Death Company Einheit sein. Kann diese Death Company Einheit so durchhaltefähig und durchschlagskräftig sein, wie zum Beispiel eine Thunderwolf Cavalry? Durchschlagfähig? Ja, definitiv. Durchhaltefähig? Nicht ohne einen entsprechenden Support der Liste und je mehr Support ich auf spezielle, kleinere Einheiten fokussiere und mich weniger breit aufstellen kann, desto schwieriger wird das Spiel hinten raus, weil ich immer auf mein Positioning achten muss, noch mehr als im anderen Falle. Weil sobald mir dort ein Modell wegbricht, ich Angst haben muss, fuck, geht meine Taktik noch auf, hab ich noch meine Durchschlagskraft etc. Das ist was, was mich so ein bisschen antreibt und ich sagen muss, die Werkzeuge sind nett, aber wie kriege ich sie genau umgesetzt? Ihr werdet merken, wenn wir uns die Datasheets anschauen, dass es ein bisschen ein anderes Gefühl und eine andere Taktik und Denkweise gibt, als sie bei den Space Wolves. Die sind wirklich gerade rein fertig ist. Und hier muss man dann doch ein bisschen mehr arbeiten, rein vom Gefühl her. Aber ihr werdet es dann im zweiten Video sehen. Gut, nichtsdestotrotz, ein schönes Buch ist es trotzdem. Sie werden auch in dem Support etwas machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, erzählt mir vor allem was zu euren Gedanken zu dem Codex und wir sehen uns dann beim nächsten Video mit den Einheiten. Bis dahin, viel Spaß, der Erik, tschau tschau.